hallo und schönen guten tag ich bin mal wieder ein bisschen am aufräumen und da ist mir das böcker prime von böcker plus in die hände gefallen ein messer dass ich schon ewige zeit nicht mehr benutze und das möchte ich jetzt gerne verlosen ist bestimmt jemand da der es gebrauchen kann ein sechs oder sieben millimeter starkes stück eisen und da habe ich gedacht weil heute wo ist das sonntag ist das genau der richtige zeitpunkt und damit ihr euch eine neue griffwicklung dran machen könnt gibt es noch ein stück paracad dazu das sind so zwei meter oder zwei meter fünfzig das reicht dreimal für den griff das wäre es eigentlich schon wieder mal gewesen dazu gehört diese kidex mit diesem abzieh stahl an der seite was nicht meinen gefallen findet aber was soll es ansonsten ist das ein unzerstörbares schneideisen ja was müsst ihr tun um das messer zu bekommen ganz einfach unterschreiben hashtag ich möchte haben und dann sollte sich mehr melden wie einer wird das messer eben verlost ja und ich würde sagen bis mittwoch heute sonntag mittwoch 18 uhr sollte das über die bühne gegangen sein und dann schicke ich das ding am donnerstag oder freitag zu seinem neuen besitzer das bürger plus prime ein unzerstörbares stück stahl übrigens aus 440 c das wäre es eigentlich schon gewesen bis zum nächsten mal dennne tschüss